Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play 4 Star Online. Ich bin's, der Black. Und wir sind jetzt gerade im brennenden Fels, wo auch sonst, und hauen Lava Gorgos. Drei habe ich schon gemacht, weil ich habe ja schon mal anmoderiert. Habe nur dann gerade gesehen, oh, 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 da stimmt was mit der Tonspur nicht. Das Mikro nimmt viel zu laut auf. Keine Ahnung, werde ich wahrscheinlich mal draufgekommen sein und so weiter und so fort. Und da habe ich das halt nochmal nachgemacht, weil hier ja keiner eine übersteuerte Anmoderation. Nein. Kann man mal sehen. So, zum frühen Morgen bin ich trotzdem aufmerksam, habe das gesehen. Hätte ich nicht gedacht, weil normalerweise sehe ich sowas nicht. Normalerweise verstellt sich das ja auch nicht. Aber, naja, gut, man sieht ja auch, wie sich das Ding da im Hintergrund dann bewegt, beziehungsweise wie die Tonspur da läuft da im Hintergrund. Und auch wenn die ganz, 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 ganz weit rechts ist, ganz am äußersten zweiten Monitor, also am äußersten zweiten Monitor, ganz außen am zweiten Monitor, bis dahin guckst du normalerweise nicht. Nur halt offensichtlich, wie man merkt, doch zu Beginn doch mal ganz kurz. Was ich gut finde. Anders darfst du nicht sein. So, jedenfalls, ähm, ja, Lava Gorgols und ich, warum sag ich jetzt ganz früh am Morgen? Ja, ihr braucht ja mal nur auf die Zeit gucken. Ich mach mal hier auf. Ja, da, da seht ihr das ja. Da. 7 Uhr 17. Ja, 7 Uhr 17 früh am Morgen nehme ich auf. Ich weiß nicht, warum ich zu dieser Zeit auf bin. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich kann nämlich absolut nicht schlafen. Ich habe Mittelschicht. Normalerweise schlafe ich um die Zeit noch, ähm, ja, drei Jahre oder so. So, die Silberkette sammeln wir noch gleich mit ein. Genau, da fehlt uns eigentlich nur noch ein abgerissener Kopf und ein Goldring. Ja, den Goldring hatten wir schon mal. Äh, der ist, äh, nur, den haben wir dann ja weggeschmissen und so. Naja. Mal schauen. Vielleicht finden wir es wieder. Beziehungsweise nicht weggeschmissen, wir haben da gar nicht aufgesammelt. So was. So, noch fünf Stück. Ich denke, die sammeln wir uns auf dem Weg ein. Äh, dann können wir uns auch direkt wieder den anderen zuwenden. Ja, und, naja, wie gesagt, ich war halt, ähm, bunter und hab gedacht, naja, scheiß. Dann nimmst du halt gleich auf. Hast du deine, in Anführungsstrichen, Pflicht für heute erfüllt. Brauchst du das Ding zum Render, zum Hochladenschicken, dann kommt sie erstens pünktlich die Folge und zweitens hast du hinterher keine Probleme, hast keinen Stress. Wenn du dich nochmal hinlegen willst, kannst du das immer noch machen. Rechner arbeitet das näher, macht das ja hier nebenbei. Hihi. So. Und sollte ich halt nochmal anfangen zu gehen, äh, wird's sein, dass ich mich dann nochmal, äh, sag mal mal, auf ein Vormittagsschläfchen hinlege. Ja. Muss ja heute auch arbeiten. Der erste Arbeitstag in diesem Jahr, äh, ich freu mich so. Vermutlich bin ich deswegen extra wach, weil ich extra zeitig anfangen will. Juhu. Natürlich nicht. Gottes Willen, das wär's ja noch. Wo kommen wir denn da hin? Übliche, äh, ursprünglich wär's ja auch geplant gewesen, dass ich jetzt, äh, sogar Frühschicht gehabt hätte. Zumindest den ersten, ähm, Entschuldigung. Schlimm. Witzchen Husten ist halt immer noch da. Aber es wird besser, Leute, es wird besser. Zumindest fühlt sich das für mich so an. Kann auch Einbildung sein. Ähm, naja, aber was soll ich sagen? Ja, genau. Es wäre so gewesen, dass ich heute eigentlich hätte, äh, ja, Frühschicht machen müssen. Oder sollen. Oder wäre zumindest, hätte ich angeboten, weil mein Vorarbeiter normalerweise sich die ganze Woche freigenommen hätte. Und gerade der, äh, die erste Woche sollte ich schon, äh, sag mal mal, einer von der Führungsriege, nennen wir's mal so, wenn man, wenn ich mich da zusehen will oder muss in dem Fall, ähm, äh, sollte halt auch einer von der Führungsriege da sein, der halt guckt, ja, welche Aufträge liegen an und ein bisschen die grobe Organisation übernimmt. Bei den, äh, ja, anderen Tagen wäre das dann nicht so wild ab morgen und so. Wenn er dann nicht da gewesen wäre, dann hätte ich auch wieder Mittelschicht machen können, weil, ähm, ja, wie gesagt, hab ich einmal gesagt, was zu tun ist, äh, brauche ich's, äh, brauche ich nur, ähm, ja, wissen die Leute, was zu tun ist und machen das halt auch ohne mich und, äh, ähm, oder eben ohne meinen Vorweiter. Aber der ist ja jetzt da, deswegen kann ich auch Mittelschicht machen, um daraus zurückzukommen, ja, und, ähm, ja, wissen, was zu tun ist und ich brauche nur reingucken, äh, ja, hat sich doch noch was, irgendwas Neues, hat sich was ergeben, hat sich was geändert, müssten wir da eventuell ein bisschen umplanen und, äh, ja, wenn das nicht der Fall ist, ja, dann ist es halt so. Umso besser dann, ne? Klar. Plupp. Ich hau mal den Buff wieder drauf und dann schauen wir mal. Zwecks der blauen Kapseln. Ähm, hat man mir gesagt, ja, ich soll die blauen, die billigeren blauen Kapseln, waren da welche billiger? Ich dachte, die waren alle beide, alle auf 1000 oder so. Ähm, ich soll die billigeren blauen Kapseln kaufen, äh, die, äh, weil da, äh, gerne Serverschreier drin sind, äh, und, äh, ja, im Prinzip, äh, wenn Serverschreier drin sind, kann ich die dann ja für so 3 bis 5 Gold, was, was ist der Preis, der mir genannt wurde, ja, hier auf TVK kaufen, äh, wäre eine Geldquelle, also mich hat schon mal jemand gefragt, es wäre vielleicht eine Geldquelle, vorausgesetzt natürlich, man kommt, bekommt genug Serverschreier aus den Kapseln raus, äh, dass sich das wirklich lohnt. Wenn man die Dinger selber nicht verbattert, ist alles gut. Wurde ich mal gucken, ich probier das einfach mal, ich hab ja ein paar, paar Gold hab ich ja übrig, und da können wir das mal probieren, ich, ja, ja, ich weiß, Gold guckt man hier im Inventar, so, 3GM 23, jetzt gar nicht mal schlecht, also wenn das so klappt, dann wäre das eine schnelle und billige Art, äh, Geld zu verdienen, weil Serverschreier selber benutze ich ja nicht. Und, äh, sollte das irgendwie hinhauen, mal schauen. Kommt natürlich auch drauf an, ob sich das überhaupt lohnt, ähm, im Prinzip sollte, äh, ja, mindestens alle 3 Ladungen, äh, ein Serverschrei dabei sein, damit sich, äh, das zumindest ausgleicht, weil, wie gesagt, ein Gold kann ich verballern, ähm, pro Tag, und, äh, ja, ein Gold kann ich verballern, pro Tag, und, äh, ja, wie gesagt, von denen ein Gold, oder mindestens in 3 Tagen muss mindestens ein Serverschrei rauskommen, wenn ich das Ding für 3, äh, 3 bis 4, äh, 3 bis 5, hat man mir gesagt, ähm, äh, Gold rausballern kann. Das heißt, heute oder morgen, wir werden das einfach mal ausprobieren, wenn ich die Runde hier zu Ende habe, wenn ich das noch rechtzeitig schaffe, müsste auf jeden Fall ein Serverschrei drin sein, um sich das halbwegs zu lohnen, äh, oh, damit es sich halbwegs lohnt, schauen wir mal. Wobei wir gestern ja auch noch die anderen, ähm, teureren mitgenommen haben, die, äh, oh, den Bestienzahn war der, da renne ich mal zurück. Die, ähm, also zählt der Tag gestern nur als halber Tag, sozusagen, aber wir werden sehen, wir werden sehen, ich werd's ausprobieren, ob es klappt oder nicht, äh, ich weiß nicht. Weil gerade für mich ist es ja schon, äh, ganz, äh, richtig und notwendig, ne, sag mal mal, vergleichsweise billige Art, äh, des, äh, Geldverdienens zu finden. Auch wenn's wahrscheinlich eine langsame Art ist, aber besser als die, die ich vorher hatte, fast gar nichts. Die drei Game, die ich hatte, ja, eins hab ich, glaub ich, geschenkt gekriegt. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, eins hab ich, glaub ich, geschenkt gekriegt oder zwei. Ähm, bisschen was hatte ich vorher schon einstecken, ich weiß es nicht. Und, äh, ähm, naja, den Rest, ähm, durch zufällige Verkäufe von irgendwelchen Zeugs, was ich hier im Inventar habe. Und, äh, was, ähm, ich halt nicht im Inventar habe, ja, und was ich halt so sonst manchmal finde. Bei Events, gerade die Tränke und so weiter, hab ich ja viel bei Events. Und, äh, natürlich auch, ähm, 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 die letzten Sachen, die ich verkauft habe, waren halt auch für viele hier, ähm, ja, so, Stärke und Schutztränke. Äh, die hatte ich aber dann auch bekommen gehabt, von einem Zuschauer, so, nach der, äh, neunhundertsten Folge. Ich hab jetzt voll vergeben. Kirill war's, glaub ich, ne? Kirill war's. Danke nochmal dafür. Ähm, ja. Übrigens war ja nicht der Einzige, der mir was gegeben hat. Zum anderen, äh, waren es, äh, die Elika, die mir was vorbeigebracht hat, nämlich ein Pärchen rotes Leder. Das ist ja auch immer, gerade für die Rollen hier nicht unwichtig. Und, äh, ähm, ich glaub, die Kuru. Ich hab ja ganz vergessen. Ich wollt, wollt's ja eh sagen, äh, wer, äh, wer mir das vorgegeben hat. Ich wollt's noch nicht vor Folge 900 sagen, um zu spoilern, wer da ist. Einfach aus dem Grund, weil, ja, sag mal, die Elika relativ überraschend da war. Und, ähm, naja, und zum anderen auch deswegen, weil ich, äh, nicht wollte, wer, wer, wer weiß, wer, wer war. Sollte ich jetzt irgendwie falsch liegen? Es kann auch sein, dass es Rabia war. Ich bin mir jetzt hundertprozentig sicher. Kuru oder Rabia? Aber ich glaub, Kuru. Bin mir nicht sicher. Äh, Kriegergut. Kühner Krieger hat begonnen. Yay. Schreib ich mich natürlich gleich ein. Könnte ich tatsächlich sogar machen. Ich hätte ja Zeit. Aber nicht zum frühen Morgen. Nee. Zumal, um die Zeit. Also, ähm, dürften eigentlich nicht so viele Verrückte umdrehen. Sollte ja wieder, äh, ich weiß nicht, Schultag vielleicht noch nicht. Aber Arbeitstag ist es bei den meisten auf jeden Fall schon. Mit Schule weiß ich jetzt grad gar nicht. Äh, ich kenn mich so in den Ferienperioden, vor allem in, ist ja eh von Bundesland zu Bundesland verschieden. Ähm, einige werden sicher schon wieder arbeiten, äh, 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 arbeiten, wollte ich sagen, Schule, äh, auf Schule müssen. Bei uns in Sachsen müsste es so sein. Bei anderen weiß ich's nicht. Und, ähm, naja. Jedenfalls euch auch einen erfolgreichen Schultag, oder wenn ihr das seht, habt ihr den dann wahrscheinlich schon rum. Es sei denn, ihr habt noch Ferien. Dann, äh, einen erfolgreichen Ferientag. Juhu. So. 39 von 80, die Hälfte von den Nixen haben wir auch schon wieder. Juhu. Das geht ab wie nix. Ich weiß, den bringe ich jetzt wahrscheinlich in jeder Folge, wo ich bei den Nixen rumrenne. Aber, naja. Alte Sparwitze müssen auch mal aufbereitet werden. Ein Herz für Witze, muss man dazu sagen. Ich spende Witze. Selbst die kleinen Witze haben ihre Daseinsberechtigung. Ja. Ganz flach. Aber hey. Ob flach oder üppig. Es kommt doch auf den Charakter an. Nicht, was ihr denkt, ihr Ferkels. Hallo. So. Okay. Ähm, 44% haben wir. 46 Nixe. Das ist schön. Es geht langsam voran. Wir ernähren uns straff. Äh, Level 90. Und wenn wir Level 90 haben, wie gesagt, fange ich an, ähm, die Quests, die wir so haben, ein bisschen mit rauszuballern. Äh, weil das müsste ja dann die erste Gesteinsriesen-Quest mit sein. Und, ähm, ja, die erste Gesteinsriesen-Quest würde ich gerne überbrücken. Ich habe aber vor, dadurch, dass erstens mehr Gesteinsriesen da sind, dürfte sich das nicht mehr so, äh, so extrem, äh, hinziehen. Und, ähm, erstens, äh, dadurch, dass ich, ähm, ja, dass ich da, dass ich eben da bin und so und überhaupt und haste nicht gesehen. Und, ähm, naja, wie gesagt, mit der HG-Army und dem erhöhten Schaden und der erhöhten Verteidigung, die ich hier, ja, sowieso schon bekommen habe durch den, durch das Rebalancing, geht's vielleicht auch ein bisschen schneller. Mal schauen, mal schauen. Wäre nicht schlecht, wenn. Erster Platz geht an Kolee, dann an Sony und der dritte an KriegDich. Ja, herzlichen Glückwunsch ihr, auch wenn ihr alle gecheatet habt. Bestell. Obwohl, nur um die Zeit kann's durchaus sein, dass man nicht cheaten muss, um, um in den, äh, in die, äh, der Saison zu kommen. Ja, weil um die Zeit, ähm, gehen ja nur die dämlichen und, äh, die munteren, äh, online, wie ich, zum Beispiel. So. Muss man ja mal festhalten. So, wir haben's übrigens, äh, muntererweise, äh, 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 hab ich vergessen, wie viele kommen die mal wieder hier. Hallo? Liebe Nixe, ich seh euch nix. Hm, komisch. Ich dachte, die kamen eher wieder. Na gut, jetzt sind sie wieder da gleich. Und dann können wir sie gleich wieder hauen. Vermutlich hätte ich einfach in den Gang rein, äh, rennen müssen. Und hab einfach nur, äh, sag mal mal, meine, meine Runde vernachlässigt. Oh, jetzt kommen die hier drin wieder. Dann rennen wir doch rein. So. Hopp und hepp. Wird schön werden. Hui. So, 60 haben wir gleich. 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 Jetzt? Ja. Nee, jetzt haben wir 62. Mist. Naja, jedenfalls haben wir die, äh, äh, ja, über 60. 18 Stück noch. Das kriegen wir, denke ich, locker leicht hin. Äh, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, ist alles gut. Ich meine, wenn ich hier ein, zwei Minuten überziehe, ich denke, euch wird's nicht stören. Und, äh, mich dürfte es auch nicht stören, weil, äh, wegen, ähm, ja, bin ja früh genug heute aufgestanden, um die Folge zu machen. So. So, 46. Den, wissen wir, den Zahlen nehmen wir natürlich mit. Wie gesagt, schönes Rollenmaterial. Auch wenn man, wie man sieht, äh, hier, äh, ich hier, äh, Duck des Rebalancings. Kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich das Rebalancing schuld. Ähm, weil, ähm, sonst hätte ich mich hier nicht getraut, ohne Rollen unnötig hier drin rumzulaufen. Flupp. Weil, muss ja nicht sein und so. Hopp, hopp, hopp. Und hepp. Und überhaupt. So, das nehmen wir mit. Das auch. Dann hätten wir hier zwei. Fehlen also insgesamt dann noch acht. Da haben wir Nummer sieben. Also, Nummer acht. Jetzt fehlen noch sieben. So, ist richtig rum. Bestienzahn, Bestienzahn. Ich komme. So. Hüpp, hüpp, hüpp. Der ist tot. Tot, tot wie... Der Tod aus dem Pilzkönigreich. So, 73. Sieben Stück. Jetzt wirklich noch. Da oben ist Nummer sieben. Fehlen noch sechs. Juhu. Ich will nämlich noch ganz dringend, ganz schnell, ähm, die, äh, Dinge entzuholen. Also, äh, das werden wir auf jeden Fall in dieser Folge noch machen. Schnell die blauen Kisten. Mal schauen, ob wir ne Serverschrei... äh, Kapseln. Mal schauen, ob wir ne Serverschrei rausbekommen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Kommt, kommt, kommt. Schnell, schnell. Schnell, ich hab nicht so viel Zeit. Schnell, 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 schnell. Los, sechs Stück. Sechs Stück. So, alle zu mir. Hallo zu mir hier. Hallo zu mir hier, alle her. Ich muss euch alle mal schnell umbringen. So, kommt. Fünf Stück noch. Los, Leute. Sind das fünf oder vier? Ich weiß es nicht. Äh, wir werden sehen. Ich nehm mal hier hinten sicherheitshalber noch mit. Ne, reicht. Okay, dann. Okay, und, äh, direkt Abmarsch. Abmarsch. So, okay. Wunderbar, hier sind wir. Kann ich mich bewegen? Jawohl. Sehr schön. Dann gehen wir schnell, schnell mal, äh, verkaufen und die Quests abgeben. Oder Quests. Sind ja zwei. Und, ähm, sobald wir das gemacht haben, gehen wir noch schnell ins Lucky House. So. Äh, Lava Gaukel würde ich gerne mal wieder aufmachen. Konserviertes Siegel würde ich gerne behalten. Und das kann raus. Die älte Rolle könnte ich fast verkaufen. Aber, ja, irgendwann brauche ich sie und dann, äh, wäre es doof. Ne, wisst ihr ja. Immer so. So, die T2 Rolle, die kann dafür weg. Hochwertig, hochwertig. Hm. Ich habe halt nicht viel Platz dann, ne. Aber, das ist ja immer so. So, na gut. Dann machen wir mal so hier. Äh, keine Sorge. Ich weiß nicht. Alle ausrotten. Und. Und hier steht eine kleine Amazone. Ist ja niedlich. Fest abschließen. Und. Hopp. Fest wiederholen. Na komm. Weiter, 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 weiter. Ja, ja, ja. Bereit. Jetzt machen wir doch schnell auf den Weg. Äh, die, die Kiste hier auf. Und mit Kiste meine ich natürlich die Karte. Der Gesandter der Hölle. Bekannt als Witz. Ja, ne, brennende Karten wir schon. Okay. Registrierten Karten sind mehr Sterne. Möchtest du sie wirklich registrieren? Nein. Ich möchte sie wegschmeißen. Dann möchte ich vom Mount. Und möchte die Kaltzings, äh, sortieren. So. Und ins Lucky Haus. Ja. Da sind wir. Tada. So. Da hinten, Coin Wechsler. Nehmen wir gleich den auf den Weg. So. 100.000. Alles her, was ich drei kriegen kann. So. Und dann schauen wir mal, ob und was wir rausbekommen. Verkaufen werde ich es dann vielleicht offscreen. Also. So. 1000. 1000, die sind alle beide gleich billig. Aber die 1 hat man mir gesagt, ne? Also wenn das hier verkehrt ist, sagt mir Bescheid. So, 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 so. Inventar ist voll. Mist. Warte mal. Machen wir mal so hier. Hopp. Reicht das? Nein. Mist. Jetzt kriege ich hier zwei Sachen. Hopp. Hepp. Gegenstart kann nicht verk... Du sollst ja nicht verkaufen, du Doofkopf. So. Mentale Verstärkung. Äh, äh. Schriftrolle rum. Uh. Kann weg. Schokolade. So, 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 so. Schnell mal sortieren. Das Zeug wieder einsammeln. So. Und mal gucken. Was kriegen wir denn noch Schönes? He, 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 he. Toll. Hätte ich es auch liegen lassen können. Was ist das denn? Den strahlenden... Beziehungsweise nicht den strahlenden... Wir hauen mal das feste Lieder raus. So. Hüpp. Knochen. Yay. Es lohnt sich wirklich hier. Valentins Feuerwerk. Hier. Jo. Komm. So. Und so. Und so. Also. Ich sag mal so. Man braucht natürlich wahrscheinlich auch Glück. Und, äh. Da wird es dann bei mir mangeln. So. Das hier noch raus. Hopp. Nochmal Valentins Feuerwerk. Hui. Müsste mal das andere Feuerwerk loswerden. So. Hopp. So. Drei Plätze hab ich noch. Wie viele Dinger kann ich denn noch sammeln hier? Komm. Und hopp. War das letztes Mal auch schon so viel? Oder sind die tatsächlich billiger? Hopp. 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 Was ist das? Heller Zahn. Ein scharfer Tierzahn. Keine Ahnung wofür der gebraucht wird. Behalten mal. Nochmal neue sortieren. Mhm. Kaufen. Hepp, 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 hepp. Ähm. Was hauen wir jetzt raus? Knochen. So. Hopp. Hopp. Und hopp. Unzerbrechliche Schale. Ich glaub das Zeug kann ich verkaufen. So. Noch ne Rückkehrsschriftrolle rumen. Was ist das denn hier? Alte Stiefel. Achso. Hepp, hepp. Ah, endlich. Ne, doch nicht. Ich konnte noch eine kaufen. Verdammt. Ich dachte ich hätte es endlich geschafft. Hätte alles ausgegeben. Hinweis, das Inventar ist voll gekämpft. Kann nicht geöffnet werden. Sehe ich schon. So. Hup. Und hier. Und hier. So. Jetzt muss aber auch mal gut sein hier. Wie viele. Sehe ich irgendwo die Coins die ich noch habe? Wechselbare Coins. Äh. Coins Anzahl. Ist. Braucht man. Hä? Wie teuer sind denn die Dinger? So. Oder wie billig. Warte mal. Gucken wir nochmal. Also wenn ich jetzt hier kaufe. Äh. Nö. Kommt schon hin. Sind schon tausend. Hm. Wer weiß. Wer weiß. So. Ich denke ich werde hier mal irgendwo. Kann ich hier irgendwas verkaufen drin. So. Hier. Das raus. Äh. Konservierte Siegel. Antike Siegel. Dann hebe ich lieber die Antiken auf. Konservierte sind zwar auch schön. Aber. Naja. Zählt ja nichts. So. Ich muss hier auf jeden Fall mal ein bisschen Gemüse loswerden. Wunsch der Wächter. Äh. Elika wollte die haben. Ich hab's nicht vergessen. Sie wollte eh noch was anderes haben. Fällt mir gerade ein. Und äh. Das nehme ich dann auch ins Inventar. Was haben wir denn hier? Feine sandige Rolle. Komm. Sandige Rolle aus. So. Dann hätten wir noch eine äldere Rolle irgendwo. So. Haben wir wieder zwei Plätze gewonnen. Ähm. Die Schokolade. Komm. Was macht denn die? Nix. So. Einmal sortieren. Und schon sind wir wieder ein bisschen besser. Aufgestellt. Und können wieder ordentlich loslegen. Verdammt. Warum hab ich so viele? Kann doch gar... Das letzte Mal hab ich doch alles... Äh. Hab ich nicht letztes Mal alle Coins weggemacht. Ich bin mir fast sicher. Ja. Naja. Jedenfalls. Wisst ihr was wir jetzt machen? Wir... Das sind jetzt die letzten Coins, die ich kaufe. So. Äh. Äh. Bzw. Die letzten Coins... Äh. Die Kapseln, die ich kaufe. So ist richtig. Ruhm. Ruhm. Und sandige Hügel. Okay. Hier. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Und das kann auch weg. Und das auch. So. Da sieht man mal. Ich hab einfach keinen Platz. Ich hab keinen Platz. So. Die noch. So. Und mehr gibt's jetzt nicht. Muss jetzt reichen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Aber immerhin. Wirrschrei hatte ich bis jetzt nicht. Äh. Was hörste? Das kann raus. Bargich. Das beste. Nee, da kommen. Das auch. Das auch. Ruhm. Ruhm. Ach komm. So. Ach, weißt du was? Eine Runde geht noch. Eine geht noch. So. Und das muss jetzt aber auch reichen. Ha. Bin jetzt gerade im Kapselfieber. So. 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 Kaufen. Heb. Heb. Äh. Konserviert. Kann raus. Das ist raus. Festes Leder behalten wir mal. Äh. Rumrolle verkaufen wir mal. Sortieren wir mal. Und dann geh ich nochmal raus. In die Stadt. Und gebe. Ach nee. Quests haben wir abgegeben. Dann sag ich hier halt. Tschüssi. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Und bis dennne. Tschüss.